alter matz hier müssen wir unbedingt noch mal her zusammen ja da wo ich bin ist auch ordentlich was los hier mit coolen sachen wie redstone echt redstone ja 25 habe ich jetzt schon aber es könnte auch ein gutes zeichen auf diamanten sein welcher höchst immer denn 12 jawohl eine spitzhacke ich bin schon ich bin in die andere richtung jetzt so ist man ja das ein bisschen mit stein ausbauen gegeben also ich habe wohl für nicolid oder wie die karte ist jetzt habe ich ein stack weiß weiß doch nicht was bringt aber nice ja wenn wir dann sehen ja riesig hier ja man ok also hier ist also der eingang für die schneise 0 löcher im boden wo mir da war alter war ich gerade fiepsig ich höre gerade bloß so ich höre gerade nur so jemand auf dreck rumlaufen denke ich so alter mein herz und dann ich hätte echt ein wasser einmal mit mir nehmen sollen. Wenn er da nochmal aufsteht, dann kriegst du ihn voll aus dem Bild. Ja. Ich könnte mir aber hier unten nochmal einen Ofen bauen. Jawohl. Das mache ich. Das glaube ich kurz. Ich gehe zu meinem Ofen zurück. Setze mir hier einen Wegpoint hin. So. Oh, hier gibt es so schön viel Zeug. Ja, Mann. Ich brauche Zeug. Kooperieren Sie uns. Das wird Ihnen nichts geschehen. Ich habe nichts. Ich brauche Zeug. Boah, Alter. Ich glaube, Kupfer ist die neue Kohle. Ja. Ja. Das finde ich wirklich überall. Abnormale. Boah, von irgendwo wäre ich beschossen. Aber ich bin mir egal. Ich bin mir egal. Ich bin mir an Kaschmir oder wie? Ja. Ach, ich bin mir egal. Doch nicht. Ich kann sagen, ich glaube, hier war der Matze. Es ist so aus, als ob das nur so irgendwie was weggebaut wäre. Okay. Aber, so ist es dann doch nicht. So. Dann graben wir uns hier mal hoch. Jetzt mal im Ofen. Öfchen. Und da komme ich direkt zum nächsten Ding, oder was? Zum nächsten Hülle. Jawoll. Jawoll. Jetzt. Das war das. Lol. Ich tu das. Hä? What the fuck? What? Ich habe hier gerade gar nichts mehr, ehrlich gesagt. Ah, nee. Aber ich sehe deinen Namen. Was dann? Keine Ahnung. Das frage ich mich gerade selber. Hä? Was siehst du denn? Ach, ich muss da hin. Ja, irgendwie. Es kam auf einmal Gravee von oben runter, wo ich... Boah, fick dich doch. Scheiß Gravee. Gravee. Oh, nee. So. Boah, echt jetzt? Ach, da geht's noch nach unten. Das könnte halt... ziemlich... die Jode-Oaktion werden. Na gut, wieso nicht? Bau dir nicht Ruhe. Bau dir nicht Ruhe. Ich glaube mir. Ich habe kein Holz. Oh. Erste Regel. Nehmen wir Holz. Aus der Regel. Immer genug Holzverlöte haben. Watt. Alter Schaf. Ey. Ich schwöre das. Ich mach dich Messer, oder? Ich schwöre dir. Ich hätte das scheißschaf gerade fast getötet. Kam so um die Ecke gewatscht, wie so ein kleiner Creep oder so. Hallo. Ich muss halt auch mal gucken, was da so geht, oder nicht? Okay. Dann bauen wir uns halt eine Truhe. Oh, eine kleine reicht ja, oder? Ja, ja. Normal war schon. Noch 44 Mieters. Ich glaube, ich sehe den Namen. Was ist der Gegner? Was? Ich sehe den Namen. Naja, aber wo? Ich sehe dich nicht mehr. Ich glaube, ich sehe deinen. Kann nicht so. Ach. Das ist in Richtung unseres Hauses. Ja, das kann sein. Naja, sehe ich. So. Ganz ehrlich, wie viele Crafting Table wir schon wieder haben, das ist. Ja. Das ist nur normal. Das ist dann einfach hier. Wegpunkt. Truhe. Wuhu. Ich habe es gleich geschafft, zu meinem Ofen zu kommen. Dann können wir gleich abschalten. Ich weiß, das kann ich eigentlich löschen. So. Gleich ist es soweit. Gleich müssen wir hier durchbrechen, oder nicht? Brauche ich noch ein bisschen Holz. Nein, sonst habe ich bald keine Fuck-Hehlen mehr. Ja, das wird dumm. Jawohl, ich bin durch. Wuhu. Zombies. Ja, Motze. Hast du gestern Dortmund angeschaut? Nö. Besser so. Ich habe gearbeitet, und danach habe ich keinen Bock mehr. Ich hätte es zwar noch angucken können, aber wo ich dann gesehen habe, 2-2, dann habe ich gedacht, nee. Mitgekriegt mit Reus. Ja, natürlich. Der arme Hund. Schon wieder. Schon wieder ein Band, Chris. Das kann nicht sein. Das andere Bein. Kann. Ja. Das ist doch scheiße. Ja. Hat er nicht verdient. Neu. Hat er wirklich nicht verdient. So, essen wir noch kurz was und dann das hier rein. Das können wir mal paltern. So. Ja.